Plug-It steht für frische Luft. Unsere Komfortlüftungen mit Wärmerückgewinnung sichern den Luftaustausch in Wohngebäuden. Energieeffizient, nahezu lautlos und zugfrei. Notwendig wird der gesteuerte Luftaustausch durch die verbesserte Dämmung unserer Häuser. Die Fensterlüftung alleine reicht nicht aus und führt außerdem zu kostspieligen Energieverlusten. Unser patentiertes Frischluftsystem saugt die frische Luft von außen an und leitet sie durch ein Iso-Blac-Dämmrohr zum zentralen Lüftungsgerät, beispielsweise im Keller. Dank der speziellen Filtertechnik haben Pollen, Staub und andere Partikel keine Chance in das System zu gelangen. Frisch gereinigt wird die Luft durch einen Wärmetauscher geleitet. An den Metalllamellen des Wärmetauschers fließt die kältere Außenluft an der Abluft aus dem Hausinneren vorbei. Der Vorteil? Die frische Luft nimmt die Wärme der verbrauchten Abluft auf. Die Zuluft gelangt damit vorgewärmt in das Hausinnere. Die Heizenergie wird so optimal eingesetzt, Energieverluste vermieden. Das reduziert den Heizaufwand und spart Ihnen somit Geld. Vom Lüftungsgerät wird die Zuluft in einen Verteiler im Erdgeschoss geleitet. Ein spezieller Plug-It-Schalldämpfer verhindert dabei unangenehme Störgeräusche. Vom Verteiler gelangt die Luft über das Kanalsystem in die einzelnen Räume. Die gerillten Kanäle, nur original von Plug-It, reduzieren dabei die Schallübertragung. Die Innenflächen der Kanäle sind technisch glatt. So kann sich kaum Staub absetzen. Eine Reinigung ist allerdings kein Problem, denn mit Clean-Safe bietet Plug-It ein speziell auf das Frischluftsystem abgestimmtes Reinigungskonzept mit Zertifikat. Die Zuluft quillt langsam in das Rauminnere. Ein unangenehmer Luftzug kann bei dieser Quellüftung nicht entstehen. Dank der innovativen Plug-It-2Q-Quell- und Querlüftung verteilt sie sich langsam und gleichmäßig im Raum. So steht überall im Raum sauerstoffreiche Atemluft zur Verfügung. Über den Abluftauslass wird die verbrauchte Luft schließlich abgeführt und gelangt zurück in das Lüftungsgerät im Keller. Hier wärmt sie über den Wärmetauscher die frische Außenluft an, bevor sie als Fortluft zurück ins Freie gelangt. In den Wohnräumen ist damit eines immer gewährleistet. Frische Luft und ein gesundes Raumklima. Dank der hohen Energieeffizienz unseres patentierten Frischluftsystems sparen sie außerdem Heizkosten und reduzieren den CO2-Ausgleich.